Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Übertrieb & Fresh und Knacki-Kanal, den ihr schon abboniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Mein Name ist BZ. Mein Name ist Dolly Yacht. Und heute reagieren wir auf Vito mit dem Song Dolly Yacht. An euch alle und eure Familien, Freunde, ich küsse alle eure Herzen, möge Gott euer Fasten annehmen und eure Gebete inshallah. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht weiter rum, wenn ihr möchtet, könnt ihr doch gerne auf Instagram folgen, die Links in der Beschreibung und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und gucken uns das an. Let's go. Vito hat Haare. Ja, stimmt. Vito hat Haare. Stimmt. Lifestyle. Also ich muss sagen, das hatten wir glaube ich auch schon in der Bewerbung gesagt, das ist jetzt nichts, was man noch nie, komplett noch nie gehört hat. Aber ich finde, er fährt diesen Straßenfilm extrem geil und das hat auch so irgendwie Sommer-Vibes, wegen dem Beat und so weiter, weißt du? Ja, auch wegen der Melodie. Ja, und der Float ist halt richtig geil und das, keine Ahnung, so Sommerfeelings kommen da. Ja, 100%. Man muss auch dazu sagen, als er sich mit dem Song beworben hatte, hatte der Song glaube ich 210.000 Aufrufe auf Spotify, ungefähr. Ja. Und jetzt aktuell ist er kurz vor den 500.000, ohne dass er seine erste Runde hatte. Ja, das kann, ne? Also daran merkst du auch so, wie mächtig ein bisschen so der Einfluss von Aiken ist, ne? Das ist krank. Und das hat nicht mal angefangen. Ja, ja, ja. Stell dir mal vor, wie krass der Song noch von den Zahlen wahrscheinlich wird, wenn er weit kommt. Ja, ja, richtig. Wer weiß. Glaubt, er könnte eine Million knacken, wenn er so bis Runde 3 kommt, der Vito. Kommt drauf an, wie weit er kommt. Ja, ja, richtig. Ja, ich bin so high und ich flieg durch den Raum und ich fühl mich, als wäre ich seit Jahren. Sei mal ehrlich, der Vito, ne, mit seiner Schiebermütze, der denkt auch Xavier Naidoo. Walla, der sieht auch wie Xavier Naidoo. Sei mal ehrlich, guck mal jetzt. Sei mal ehrlich, wenn man dieses Bild jetzt nimmt, ne? Ja. Bisschen, ne? Doch, doch. No, der Bart fehlt natürlich. Aber wenn der Bart da wäre, doch, doch. Doch, doch, doch. Wenn der Bart da wäre, safe. Okay, wir machen weiter. Das ist, äh, Xavier Naidoo von The Streets. Aber ich muss auch sagen, Macho ist ja auch in dem Video zu sehen. Ja. Und, äh, man muss sagen, als großer Deutschrapper, dass du sagst, ey, ich bin nicht derjenige, der hier im Vordergrund steht, sondern die Bühne gehört komplett Vito. Ich steh eher im Hintergrund, ist auch stark. Ja, klar. Und du siehst den Macho auch nicht oft. Ja, eben. Du siehst ihn vielleicht nur einmal. So, nur im Hintergrund so. Weißt du, was ich meine? Ich werd's Threshold noch released, yo. Oh, yeah. Wenn ich sie seh, dann hau ich an. Ruf mich nicht an auf mein Handy und frag mich nicht, wo ich bin. Gab mein Vertrauen nie ab. Alle so, wie wenn ich Audis brah. Manni, jetzt geh ich von Saudi ab. Ich schlafe am Abend mit einem Lächeln, am Morgen werd ich von dem Blow nicht dran. Bruder, das Ding ist, wenn ich das höre und das sehe, ne, wie der da seine Chicken Wings isst, ohne Schiebermütze und ich seine Haare sehe, obwohl der gar keine Haare hat und ich bis jetzt dazu gar nicht wusste, dass er Haare hat, ne, in der Öffentlichkeit, bekomm ich voll Bock auf den Sommer. Bei der Bewerbung hat man auch gar nicht auf seine Haare geachtet, ne? Nein, nein. So, weil du hast in letzter Zeit nur mit Schiebermütze. Ja, ja. Aber selber, ich bekommst dich auch Bock auf den Sommer. Voll, voll, hab ich ja grad schon angesprochen. Das ist so krass, dass er so diesen Straßenfilm so gut fährt, aber auch so geile Melodien reinbaut, weißt du, das ist cool, Digga, das ist geil. Ja, die Hook ist auch voll catchy, muss man sagen. 100 Prozent. Bleibt ihm auch. Ja, das ist das. Daulia, dann hauen sie ab. Bin ich gekommen, um die Szene zu killen, doch glaub mir, die Scheiße nicht easy. Rauch ich da Schoko wie Reezy, step in den Jungle for Sergio Takini. Die Hook, sie ist an das Café mit der Mannschaft, die Kleinen vercancelt auf Wheelie. Die Bruder aus Gegend, aus 7 vor TV. Deshalb will Diamonds wie Riri. Shit. Wenn der Beat baut, bin ich frei von mir selbst. Knock dich down, es geht kein'n, der mich schalt ist. Nachts Licht aus, bin ich gleich an der Safe. Haben wir den Song jemals so weit gehört? Ich glaub nicht, ne, wir haben den ab zuerst abgebrochen. Okay. Frei von mir selbst, knock dich down, es geht kein'n, der mich schalt ist. Nachts Licht aus, bin ich gleich an der Safe. Übernehme dich oben, so wie bei White House Down. Sag mir, welche Pisse will von klein' Scheiß down. Und ich jump in den Füße, in die Socksweeze, aber brauch Kies. Deshalb komm nicht aus dem Kreislauf raus. Kein' Gewissen bei Sachen, ich lade. Unter dem Kissen bei Schlafen, ich schaffe. Die Summe gebunkert auf Karte. Chillen kostet ein paar Hundert, ich zahle. Hoch in der Buf, ne Havanna wie Pate. Investiere und bieten die Gage. Damals melden sie aus, Geld kann was werden. Und heute wollen sie nur, dass ich versage. Doliak, wenn ich sie seh, dann hau ich ab. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Auf den mit Dinge, mit Unter. Wie der das fühlt, genau so was man das fühlt. Guck jetzt. Warte. Ne, der rechte, ne. Ja, ja. Hey. Ja, Junge. Aber ich muss sagen, der erste Part hat mir mehr gefallen. Ja. Im ersten Part hat so von Gefühl an ein bisschen mehr Abwechslung. Das muss Vitor mehrmals. Auf jeden Fall noch ein bisschen gucken, dass er während seinen Parts ein bisschen mehr Abwechslung reinbringt. Kann aber auch sein, den ersten Part habe ich öfter gehört. Kann auch sein. Vielleicht muss man den zweiten Part auch ein bisschen mehr hören. Kann auch sein. Dann bleibt er auch im Kopf. Da. Gäste! Gäste! Geil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020